Was es sonst noch so über Bod Erlach zu wissen gibt, das erzählen euch jetzt die Bod Erlacher Gstanzlsänger. Was es sonst noch so über Bod Erlacher Gstanzlsänger. Was es sonst noch so über Bod Erlacher Gstanzlsänger. Unser Landes-Dino ist rettend zurück, das finde ich vom Bröll schon ein ganz starkes Stück. 25 Jahre hat Gearbeit fürs Land und dafür gehört ja wirklich ein Dank. Aber die neue Landeshauptfrau, das muss ich schon sagen, die gefällt mir besser wie der Bröll. Von der Zechen bis zum Kram. Bis zum Kram wird schon stimmen, doch auf ihren Hals. Da sitzt der Kopf und der verschandelt ihr alles. Bei uns in Bad Erlach, das sag ich so flott. Du wirst es nicht glauben, da lebt der liebe Gott. Als äußeres Zeichen, wir werden es bald erleben, wird es bald die erste Hans-Riedler-Kirchen geben. Auf die Seitenaltäre, du, des wird erfreit. Da find's dann verewigt die folgenden Leut. Die heilige Rudolfine, den Christian, sein Buhr. Sein Hund, den Buhrli. Sein Schottenloh ist wohl dazu. Hallo, der Ried, ja, hallo, der Ried, ja, hallo, der Ried, ja, hallo, der Ried, ja, was sag's denn da? Unser Vieze daheim, der hat sich was ausgedacht, der hat sich aus einer Trauerschleife eine Badehuse gemacht. Wie ich das gesehen hab, da hat's mich zusammenkrampft. Hinten steht letzte Grüße und vorn Ruheg's an. Hallo, der Ried, ja, 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 hallo, der Ried Hallo, Davidio, was sag's denn da? Bei uns in Bad Erlach hörst die Sorge so leicht, kannst saufen und tanken, beim Heißi zu krein. Aber leider, da geht es bald nimmer mehr, ja ohne den Heißi wird's tanken sehr schwer. Hallo, Davidio, Hallo, Davidio, was sag's denn da? Unser Doktor, der Wickerl, ist als Arzt wirklich fix. Doch ohne die I-Kart, da geht leider nix. Auf I-Kart vergessen ist die Lage verzwickt, weil die der Wickerl zum Tierarzt anschickt. Hallo, Davidio, Hallo, Davidio, Hallo, Davidio, was sag's denn da? Der Wickerl, der ist bei den Damen beliebt, weil's uns kein Fäscher im Doktor mehr gibt. Ob Alte, ob Junge, die bei ihm auf der Bank. Und manche, so hört man, ist nicht einmal krank. Hallo, Davidio, Hallo, Davidio, Hallo, Davidio, was sag's denn da? Wir sind jetzt am Ende, es hat hoffentlich gefallen. Wir haben uns bemüht, ein bisschen von Erlach zu wollen. Wann auch nicht alles war, ist für uns, was da jetzt? Und hoffentlich haben wir da niemanden verletzt. Denn Hallo, Davidio, Hallo, Davidio, Hallo, Davidio, was sag's denn da? Hallo. Hallo, ich hab's noch. Ja, komm schon, komm schon. Eine, eine, eine hab ich noch dazu geschrieben, ganz kurzfristig. Weil unsere Wirte über die Vereine dann brummert, hat die Gilde den Fink als Wirten eine genummert. Doch die Erlacher Gilde wird sicher nie erleben, dass der Fink uns dafür eine Runde hätte ausgeben. Bolo Davidio, bolo Davidio, bolo Davidio, bolo Sostenko.